Margot Käßmann, Mathildas Reise Meine Freundin hatte auf einer Gartenausstellung die Rosensorte mit Namen Mathilda entdeckt. Sie freute sich, weil sie wußte, kurz zuvor hatte meine Enkeltochter mit diesem Namen das Licht dieser Welt erblickt. Spontan kaufte sie drei Stauden, weil sie wußte, dass ich am nächsten Tag mit dem Zug durch Hannover fahre. So stand sie tatsächlich auf dem Bahnsteig und übergab mir die gut verpackten Pflanzen. Ich war aber gar nicht, wie vermutet, auf der Fahrt nach Usedom, sondern in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Über Umwege übergab ich die drei Mathildas der Schwiegermutter meiner Tochter, einer erfahrenen Gärtnerin. Die hütete sie, bis meine Tochter sie auf dem Weg in die Ferien mit nach Usedom brachte. Ich habe bezweifelt, dass die Pflänzchen all das hin und her überstehen würden. Als die drei Mathildas endlich ihr Ziel erreicht hatten, sagte der Nachbar, das wird hier nichts mit Rosen, bei dem Sandboden. Da sie all das mitgemacht hatten und ganz tapfer aussahen, hat mich der Pessimismus herausgefordert. Ich bin keine große Gärtnerin, aber ich habe den drei kleinen Mathildas Mutterboden verschafft, sie gehegt und gepflegt. Und siehe da, sie haben es geschafft. Jedes Mal, wenn ich zum Ferienhäuschen komme, begrüßen sie mich. Und ich schaue die drei blühenden und gedeihenden Mathildas an, muss lächeln und freue mich riesig über sie. Dann schicke ich ein WhatsApp-Foto an die Freundin in Hannover. Ohne Worte weiß ich, dass sie sich mitfreut. Margot Käßmann, Mathildas Reise Aus Üben, sieben Wochen ohne Stillstand Herausgegeben von Susanne Breit-Kessler in der Edition Chrismon Gelesen von Helge Heinold Und dann schicke ich mich wieder an. Geh die Vis meines Schicht